Das Doro 5030 ist ein Hörgerätekompatibles und einfach zu bedienendes Seniorenhandy. Die Lautstärke des Ruftons liegt bei plus 83 Dezibel und die des Hörers während eines Anrufes bei plus 35 Dezibel. Mit den zwei Direktwahltasten sind die wichtigsten Kontakte mit nur einem Knopfdruck zu erreichen. Wenn Sie die Notruftaste gedrückt halten, wird zuerst eine Textnachricht an alle gespeicherten Notfallkontakte gesendet. Danach wird der erste Notrufkontakt angerufen und die Freisprechfunktion aktiviert. Bestellen Sie jetzt gleich online oder lassen Sie sich von unserem Kundenservice beraten.